Mein Name ist Marcel Hodenius. Ich bin 32 Jahre alt und möchte Bürgermeister der Stadt Alsdorf werden. Ich bin in Bettendorf groß geworden und wohne heute mit meiner Partnerin, unserem Sohn, unserer Hündin und den Drei Katzen in Hümmen. Ich arbeite als Bundespolizist und in meiner Freizeit verbringe ich am liebsten Zeit mit meiner Familie und mit dem Sport. Ich möchte für Alsdorf ein Update und was das bedeutet, zeige ich euch jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.